Jo, willkommen zu mir bei Watch Dogs und wir gehen gleich zur nächsten Mission da, so, versteckt und da könnten wir schnell Reisen machen Machen wir aber nicht Ich fahre lieber mit meinem tollen Bumblebee hier Nein, nicht Bumblebee Stand als Modell Waffenhandel Meere Kissen wurden in der Wünsensstadt zurückgelassen Ich sehe die Kissen zählt hergestellte Tools und in der Nähe befinden sich jeweils Auge raus zu lassen Doch nicht So Ich kann nochmal schön rampeln Das ist nicht mehr weit Das war nicht mehr weit Das war nicht mehr weit Das gehört sich so Natürlich zerfällt sie nach Stückchen Stücke Ja Hier links Hier links Hier links Hier links Hier links Hier links ein bisschen Ja Trig ist fast einfacher Dann ist das ein bisschen Weg noch ein bisschen vent certain wenn man dann haben wir hier Grau bla ja abgeschossen. Nein, wirklich. Ach so, jetzt ab zur Mission. Brücke. Hey, Brücke. Brücklein. So. Ich will nicht wieder Planschen gehen. So. So. Dann haben wir es geschafft. Boom. Irgendwann in die Höhle rein. Versteck. Da steht Blumen drauf. Wieder Blumen. Der Typ, der das Zeug macht. Omas Bulldog. Super Mission. Aus der Ferne mit Rosen. So, tschüss. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal. Ich verstehe, wenn du aufs Nass. Ich hab keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Wird aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr müde. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team. Ja, wie ein Team. Du arbeitest nicht während dem Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Also los. Dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir da hin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. So, hallo. Wir sind hier auch schon wieder. Wir müssen jetzt hier reindringen. Sie haben den ganzen Ort verkabel. Das sind keine einfachen Gang mit wieder. Ähm. Dann, ne. Es geht nicht. Der nur... Na, noch 40 Sekunden Zeit. Läuft ja traumhaft. So, den halten wir offen. Den da runter. Ähm. Dann sollten wir den vielleicht so. So, jetzt ist der offen. Wenn wir den noch umdrehen, dann haben wir's. Yay. Wer ist an die Zähne bewahren? Das ist eine Festung. Wird nicht leichter reinziehen. Aufzug. So. Audio Log. Oh, jetzt können wir den Aufzug rein. Ich geb nichts. Aufzug. Und hoch geht's. Nächste Kamera. da. Hm. Da ist wieder eine. O. Huu. Da ist wieder eine. Huu. Hm. Hm. Wir sollten da nach rechts. jetzt jetzt können wir nach hinten gehen Herr Körn So, wieder eine Zeitbegrenzung, so, der ist jetzt nicht besonders schwer, so, ja, kommt der noch so und dann haben wir das schon. Jo, ich wüsste, dass ihr im Nachhinein seid, an dieser Stelle müsst ihr ganz gut hinhören, weil ich habe nämlich irgendwo oben etwas Mysteriöses entdeckt. So, hier, ähm, oder ist jetzt im nächsten Raum? Da oben hat's die Kamera, jetzt hinhören. Da, links, habt ihr es gerade gesehen? Ja, ich brauche keine E-Mails. Da, schaut, da. Ich zoome mal ran. Hahaha. Er ist einfach der Beste, Mann. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, warum das Spiel aber 18 ist. Allein schon wegen ihm. Ich weiß nicht, warum die Kasten hier ist. Ich weiß nicht, wie wir genau weiterkommen. Nun. Du. Und, wir haben weitergegeben. wieder hoch wieder diese zwei wieder das Audio Lock aber nicht das Geld es sind dann wird er das war von unten Strom das können wir den anderen die umleiten so da noch hinten mit dem Audiolog eine frau im bikini das können wir nicht machen das können wir nicht machen sondern wir sind das können wir nicht machen wir sind 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.